PEGI 18 voller Persönlichkeiten mit einer Vielzahl überarbeiteter Spielmechaniken und einer großen Auswahl an strukturierten, als auch nicht strukturierten Aktivitäten. Nachdem du in Los Santos gelandet bist, wirst du in die Welt eingeführt und in ihre Möglichkeiten, Geld zu verdienen und auszugeben. Spaß zu haben und sich Ärger einzuhandeln. Du kannst alleine losziehen und Freunde finden oder dir Feinde machen. Oder mit anderen eine Crew bilden. Um dann einen Raub zu begehen, einen Getränkeladen zu überfallen oder in klassischen Online-Modi anzutreten. Du kannst aber auch jede Menge anderes tun. Erledigst du Jobs, so verdienst du Geld und Reputationspunkte. Und dann kannst du deine Einkünfte ausgeben, um deinen Charakter anzupassen. Outfits, bevorzugte Waffen, Lieblingsfahrzeuge. Und wenn du richtig viel Kohle machst, legst du dir vielleicht ein Apartment zu, damit Freunde dich besuchen und bei dir abhängen können. Oder kauf dir eine Garage. Fülle sie mit eigenen Fahrzeugen und nutze diese für Rennen zu Land, in der Luft oder zu Wasser. Oder mach eine Spritztour und gib an. Alles, was du tust, bringt dich in der Welt weiter. Lässt dich neue Charaktere kennenlernen, Neue Missionen entdecken, Belohnungen und nahezu endlose Möglichkeiten. Rockstar wird ständig neue Inhalte entwickeln, mit denen du Spaß haben kannst. Aber du wirst auch eigene Rennen erstellen können. Und Deathmatches mit dem Content Creator. Dann kannst du sie mit Freunden und dem Rest der Welt teilen oder die anderer Spieler ausprobieren. Grand Theft Auto Online bietet die nahezu endlose Freiheit von Grand Theft Auto für mehrere Spieler in einer dynamischen, gemeinsamen Welt. er Mal in einer dynamischen Welt. In einer dynamischen Welt.